Das ist ein großer Transfer, sicher nicht nur für Bayern, aber auch für die ganze Bundesliga wegen der Summe. Irgendwann muss der Rekord brechen, das ist ganz normal. Auch mit der Fußballwelt, was läuft, über welche Summe wir sprechen. Klar, das ist ein super Sturmer, ein klasse Sturmer. Die Bundesliga ist keine einfache Liga, aber bestimmt braucht ein bisschen Zeit. Aber ich bin sicher, dass er seine Skills und seine Performance zeigt. Wenn er so viel Druck auf Harry Kane direkt, diese 41 Tore, die Rekord schreien. Die Bundesliga ist keine einfache Liga. Ich habe das in 29 Spielen geschafft. Wenn ich auch jetzt über diese Rekorde denke, dann glaube ich, wow. Wie ich das gemacht habe und auf Harry Kane einfach... Lass ihm Ruhe, einfach seinen Job machen, Tore schießen, nicht die Rekorde. Das ist manchmal... Wie ich habe gesagt, die Bundesliga ist keine einfache Liga, auch für den Sturmer. Und er braucht ein bisschen Zeit zu adaptieren, zur Kultur, zur Sprache, vielleicht alles. Und er ist großer Sturmer, er zeigt seine Performance, seine Skills. Und er hat sich nicht... Das ist so wichtig. Und er ist kein día. Na, was weiß ich clair?